Ja, das darfst du dir auf den Nadler gehen nach Baunertal. Medina Trenkme, Elgir-Region-Hausruhe. Christina Gerdes, wo man heißt Baunert aus der Rheinland-Gruppe, glaube ich, Herr Höchst, Stimmensport-Worst. Anna Baumgab aus Österreich, das war in Longwind. Yvonne Chani aus des Weiß-Irland-Gettner aus Katalina. Die Worte war aus der Trenkse. Monika Petzler, es ist Blau-Gerl-Marbon. Magina Kummer, das wurde im Aude-Salon vom TV-Irland-Gruppe aus der Schweiz. 3.000 Meter Arlauf der Frauen. Natürlich etwas ganz spannenderer Lohren, nachdem Agatha Schroeder zugehoben hat. So, aber, die Mädels haben sie auch geblieben, das muss sie anfeuern. Hinter unserem Hasen, Matilda Kummer aus Kohnen, das ist die Favoritin jetzt von Anna Baumgabner vom Verein Locken Live aus Österreich. Auf Position 2, wie gesagt, ganz vorne läuft einer unserer Hasen. Kohnen, der hat sich in der Schulter, der hat sich in der Schulter. Das ist ein Römer, das ist ein Römer, das ist ein Römer. 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 Martina Thomas, 8'31, 8'31, 8'31, ja genau, ihr nehmt unten die Bands mit zum Anfeuer, dann haben die Stichliederläufer die Bescheidung, die um die Mäste, die in der Süße nicht helfen, haben die Salao an, oben ist die Fluchtglocke, für mal die Sekunden. Zieleinlauben, genau, sie sind jetzt drei, vier, fünf, dann kann doch ein bisschen was passieren, Die eine muss noch mal. Die Hamburgerin, die kommt jetzt auch hier, holt sich jetzt mal Platz 3. Die Hamburgerin, Christina Gerdin. Und der letzte Aufrunde der Applaus, der von der Ebene, für Ladi Sandl, die letzten 200 Meter ausgibt. Christina Gerdin, Klasse! Und der Reaktor noch ausgedrückt, wie geht es auf 100 Meter Männer? Ja. 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 Ja.